so leute das ist genau hier meine richtung mal wieder in meiner nachbarschaft hier seht ihr das im hintergrund wie schön das ist tolle immobilien hafenbecken liegeplätze alles dafür den boss schöner kann man einfach nicht leben herrlicher see und ich mittendrin natürlich ja ist das nicht wahnsinn dass die einfach zum hafen wir kümmern uns heute zur slip anlage zur slip anlage kümmern wir uns heute die kann nämlich zehn tonnen slippen also ja dann schauen wir wie das alles funktioniert hier und ja hier ist jede menge platz aber es wird schon viel vermietet sein oder verpacht oder was auch immer wie das hier funktioniert das werde ich heute alles herausfinden leute also bestes leben bei mir ich weiß nicht an welchem punkt eures lebens ihr euch befindet aber ich jedenfalls hier an ganz traumhaften punkt ja natürlich in voll sonne so wie es sich eben für den boss gehört zu tollen immobilien mega geiler location und das direkt in meiner nachbarschaft mit mit hin bei mir verfügbaren 5000 quadratmetern grundstück obwohl ich natürlich dazu gestehen muss meine nachbarn die haben auch ganz gut gemacht auch tolle häuser also uns geht es allen gut bestes leben schönling markus wenzel model hollywood style arno dübel king of us boss über krass